Ihr faulen Dumpfgarten-Sekne, heute Abend ist das Voodoo sehr stark. Lasst uns das mächtige Motto nutzen und die Produktion steigern. Hüllt weiter glänzende Knochen in die Suche, bis morgen ein kleiner Geh vor Geistern. Und bis Ende der Woche haben wir Mexiko erobert. Habt ihr gehört? Voodoo-Kinder! Und ihre Familie wächst und wächst! Ich glaube, dadurch kommen wir wohl noch nicht, oder? Nee. Gut, dann würde ich sagen, wo gehen wir dann hin? Hier kann man auch noch lang. Alter. Oh, da ist auch noch ein Level. See der Piranhas ist direkt so eine Nebenmission, also was heißt Nebenmission, aber so eine Minispielmission. Schauen wir doch mal. Sly, der einzige Weg dieses Voodoo-Tor zu öffnen ist, alle 25 Tiki-Packeln mit dem Flammenwerfer auf deinem Sumpf-Skiff anzuzünden. Steuere mit dem linken Analog-Stick und drücke die X-Taste, um den Flammenwerfer abzufeuern. Oh, und noch etwas. Du brauchst Treibstoff für den Flammenwerfer und die einzige Ölquelle sind die Piranhas, die du da herumschwimmen siehst. Fange sie mit dem Boot. Ein Fisch ergibt einen Schuss. Beeil dich, du hast nur zwei Minuten, um alle Fackeln anzuzünden. So, wieder Munition sammeln. Komm her, ihr kleinen Fischis, Fischis, Fischis. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Oh, ich habe einen Schuss verballert. Und ich denke, das sollte kein Problem sein. Oder? Ich weiß nicht. Komm her, ihr beiden gehört mir. So. Alles klar, zwölf haben wir. Und nur noch die Hälfte der Zeit. Alles klar, das wird knapp. Ich könnte natürlich auch erst komplett die Munition holen. Und dann, ne? Also wenn es nicht klappt beim ersten Mal. Habe ich ja dann noch eine New Tactic. So. Hier ballern wir auch noch schnell was rein. Alter. Okay. So, jetzt schnell den Rest noch. Anzünden. Wo ist noch was? Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Scheiße, Mann. Ich probiere es noch mal. So. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, erstmal alles einzusammeln. Das sieht schon viel besser aus. Ja, ja, ja. Klaro. Hallo? Easy going, ja. Das kriege ich auch noch. Okay, dann nicht. So. So, anzünden die Scheiße hier. Anzünden. Und jetzt wieder. Fischis, fischis. Komm, 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 komm. Nee, 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 nee. Boah. Das hat gesessen. Komm, 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 komm. Komm schon her jetzt hier. So. Okay, vier Stück noch. Eins, zwei. Drei Sekunden noch knapp. Wo ist der letzte da vorne? Da vorne und... Zack. Geht doch. Also, einfach erstmal ein bisschen mehr auf die Fische konzentrieren. Ja, sag mal, wer hätte was anderes erwartet? Hallo, Pro-Gamer am Werken. Nein, Spaß. Nein, das ist nichts. Zumindest haben wir jetzt unseren ersten Schlüssel... Nee, der zweite ist ja schon so gesehen. Und mal gucken, kann ich hier durch? Nein, ich muss nochmal komplett zurück ausprobieren. Gut. Hallo? Ah, ich kann mich vorbeischleichen. Störb, du Ratte! So sieht's aus. Normales Level? Ja. Ein schweres Unterfangen. Wuuu. Rein mit uns. Äh, Pro-Gamer. Besser ein Werke. Oben ist er safe schonmal. Wuuu. Wuuu. Sly, sei hier besser auf der Hut. Meine paranormalen Scanner zeigen an, dass es hier wirklich spukt. Okay. Ich glaube, wir haben das schon mitbekommen. Nein. Nun, das war sehr interessant. Wenn du den Abstand zerstorst, können keine Geister mehr. Kein so eine Art, weis der Generator zu sein. Und wenn du sie alle zerstörst, bist du vielleicht in Sicherheit. Vielleicht. Ja, vielleicht. Who knows, who knows. Also 40 Dinger brauchen wir wieder. 40 Flaschen. Okay. 6 Stück Kram will schon. Immer schön umgucken. Ich will echt nicht... Nein! Ich will echt nicht zurücklaufen müssen. Hallo, wie hat er mich jetzt... Wie hat er mich jetzt getroffen, die Sau? Na ja, gut. 8 Stück haben wir. Weiter geht's. Oh Gott, das sieht aus wie ein Riesenmaul hier. Das soll wahrscheinlich auch ein Riesenmaul sein. Aha! Aha! Boah! Okay, nochmal ganz kurz gucken, wenn da schon was in der Ecke war. Das war schon ein bisschen mehr versteckt jetzt. Alter, okay. Schnell, Sly! Wie viel das waren, ey? Aber egal, wie viele kommen, ich hau' sie alle um, ey. Gut. Dann müssen wir wohl hier hoch, ja. Alles klar. Ein Leben! Oh mein Gott! Die Frage ist jetzt... Ich glaube, da geht's normal weiter. Dann gehen wir erstmal hier rüber. 18 Stück. Gut. Wow, 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 wow. Ach, hier war's noch eine Riesenfläche. Okay, da hätt ich auch lang gehen können. Aber ich nehme mir lieber den härteren Weg, was ist denn? Das ist ja langweilig, sonst. Na, komm schon. Was war das denn jetzt? Also ich weiß nicht warum, aber manchmal drück ich nicht richtig oder spring ich nicht richtig. Ich hab keine Ahnung. 20 Stück. Randa! Schön. Auch nichts übersehen oder so? Kurz nochmal Kontrollblick. Alter, wieso trifft er mich manchmal und manchmal nicht? Das verstehe ich noch nicht ganz. Stürm! Du Moskito, ey. Da ist auch noch eine. Okay. Also die sind echt schon ein bisschen happiger versteckt jetzt. Wäre ganz gut, wenn ich jetzt hier in dieser Welt auch noch das finden würde. Kann ich hier auch rüber? Ja, ich muss hier sogar rüber für die drei Dinger. So 24 haben wir jetzt. Nein! Boah, nein! Gut. Scheiße, man. Aua! Na gut, jetzt muss ich aber oben wieder anfangen, ne? Scheiße. Ich wollte da eigentlich nicht runterspringen. Alter, willst du mich verarschen? Was mache ich hier? Game over gleich. Einmal sterben noch. Einmal sterben und ich bin Game over. Oh, scheiße. Alter. Ich sterbe auch. Ich werde auf jeden Fall sterben. Oh! Alter. Das war so knapp. Ja, 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 ja Zumindest habe ich jetzt schon mal eine Absicherung, so eine kleine Ey, ohne Scheiß, ich habe denen einen oder jetzt hätte ich irgendwas übersehen Geh weg von mir Stirb, du Sau Lass mich alle in Ruhe, 33 35 Vorne ist schon der Schlüssel Da vorne ist auch der Safe Wer greift mich denn jetzt an? Von wo denn? Nein, 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 nein Bin ich jetzt gleich komplett tot? Nee Alter, 36 Oh yes, oh yes, hier sind die letzten Geile Scheiße Okay, gut Das hatte ich von da drüben gar nicht gesehen Ja, ja, die Kreistasse drücken Übrigens, Leute, die Kreistasse drücken Okay, okay, es ist nur ein Versuch Aber probier mal ein Eins, zwei, acht Ah, ein etwas modernerer Eintrag Bruce O. Coops Computerhacker-Technik Mit den Daten auf dieser Seite Kann ich den Arbeitsplan in jedem Versteck knacken Und Wacheninformationen in deinen Sichtkommunikator projizieren Das heißt, was? Laufwege und, 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 äh Die, die Kameraschwenks werden mir angezeigt, wohin die genau zielen Oder was heißt das jetzt genau So was wahrscheinlich Könnte ich mir jetzt denken Das kenne ich nämlich zum Beispiel überhaupt noch gar nicht Oh yeah Oh yeah So, der dritte Schlüssel wäre es Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen Um in den nächsten Abschnitt zu kommen Aber es soll uns eigentlich auch nicht jucken Weil wir sowieso alles machen Nein Du Ratte Du Ratte des Todes Scheiß Kerze, du Du bist schuld Ach, ich muss da gar nicht lang Ich muss hier oben lang Das Reich der Bestie Oh Gott, das hört sich nicht gut an Was ist mit diesem unglaublich robusten Voodoo-Tor? Miss Ruby scheint wirklich etwas fernhalten zu wollen Oder vielleicht versucht sie etwas drin zu behalten Das wäre natürlich Nicht so pralle So, drei von dreißig Dreißig brauchen wir hier nur Okay Äh Nein Da oben war noch einer Komm ich da nochmal hin? Ich weiß gar nicht Komm ich da nochmal hin? Boah, da sind voll viele Äh, hätte ich da runterspringen müssen? Weee Also so komme ich schon mal nicht zurück Ey, was machst du? Moonwalk Da komme ich nicht nochmal hin Ich hätte da abspringen müssen, glaube ich Scheiße, Mann Nein, warum? Nein Du Schwein, du Schweinesau Oh Mann Das ärgert mich jetzt voll Nein, egal Gehen wir erstmal weiter Wir können das Level ja nochmal machen So, hier ist auch nichts mehr Gut Bei diesen Wänden kriege ich Platz Angst Wow Hast du gesehen, wie sich das Schilf bewegt hat? Da ist was riesiges drunter Geh besser los Oh Will ich ins Wasser fallen? Verspinnis er Mann Nein Nein Gestorben Und gefurzt Wer furzt denn da einfach? Sag mal Hallo Ist doch scheiße, ey Jetzt muss ich alles von vorne machen Ich werde sauer hier langsam Nein, Spaß Ich werde sauer Ich bin gut gelaunt eigentlich Stirb Alter, bitte lass mich jetzt noch Die restlichen Münzen holen Natürlich reicht das nicht, ey Jetzt brauche ich meinen unmenschlichen Skill Ruhig Zack Ruhig bleiben Ruhig Ruhig, ruhig, ruhig 11 von 30 Da oben sind auch noch so viele Komm her, Moskito Arschloch, ey Arschloch So, erstmal runter Plus wir haben jetzt so ein Teil Ah, super, super, super Okay Boah, ähnlich neues Checkpoint Äh, wie viel haben wir? 17 Gut, 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 gut Da unten hängt auch noch eine Flasche Da müssen wir sogar lang Ja, ich seh's gerade 19 Alter Was ist das? Weg hier, Sly Weg hier, Sly Oder jetzt Die Kamera dreht sich so eklig Dass ich nicht sehen kann, wo noch was ist Hör bloß auf damit, ja eine Flasche Was ist das? Ah- A- B- A- 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 B-, A- So- A- B- 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 A- B- 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 A- 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 B- B- A-